wir sind wieder zurück bei weird park und wir haben jetzt plätze getauscht das heißt ich darf jetzt und ich tue jetzt aber mal so als wüsste ich nicht dass die tür da hinten aufgegangen ist so jetzt sind wir hier in einem moment warte mal schade blöd na gut was haben wir denn hier alles schönes mal gott kommen wir noch was ich freue mich das mini spiel jetzt alles nur das mini spiel okay wir noch etwas anderes würde der stein nicht fehlen dann könnte mir das magische brett wahrscheinlich etwas nützliches verraten ich denke mal magic und jetzt b3 d1 b3 und wir haben einen neuen eintrag in unser buch was man vielleicht nicht sieht weil wir die face können darüber geschoben haben wissen wir noch nicht so b3 d1 a4 c2 diese kombination aus buchstaben und zahlen macht keinen sinn was bedeutet das dass die entwickler besoffen waren aber wahrscheinlich brauchen wir das hier für die zahlen buchstaben die mir das magische brett gezeigt haben haben etwas mit diesem rätsel zu tun die blauen augen müssen auf den schnittstellen b3 d1 a4 und c2 liegen es darf aber immer nur ein augen auf einer linie liegen ja b3 wäre ja aber wenn du es rüber schiebst dann das ist ja blöd so das wäre b3 was brauchen wir noch d1 das liegt schon unten die 1 okay okay so und was brauchen wir noch c2 und a4 ja hier kannst du hier oben ja du kannst da gleich wieder zurückschieben das war ja gar nicht so schwer geht irgendwie sowas haben wir noch ein buch ein buch ein buch aber ist doch noch ganz schön vielen finde ich jetzt nicht so geil irgendwie gerade also ich finde es natürlich super toll ja doch was haben wir hier karte karte wir haben keine ich brauche eine karte für die mechanische wahrsagerin kann fortune teller ist die die oma du hast doch guck mal in ein inventar ja das buch ach ja das buch genau das ist wieder komplett zurücklaufen ach komplett also halbwegs komplett halt ich wollte das nur noch mal lesen gerade so hier rein und dann le book jetzt natürlich wüsste und wir haben natürlich keinen es gibt unzählige mögliche kombination ich könnte den rest meines lebens damit verbringen die richtige zu erraten macht doch wäre nicht schlecht dann wäre das jetzt vorbei wir haben aber noch nicht die kombination vielleicht können wir mit der gartenrolle den luftballon zum schwulen buskelbrot so wir haben einen luftballon müsste der letzte sein ja du kriegst die ganzen neuen räume na toll voll unfair eigentlich willst du da reinklicken ja jetzt kannst du da mal eingehen freue ich mich mega oh gott nee du darfst wieder toll dieser koffer könnte etwas nützliches enthalten ich muss auf der mittleren schiene sechs verschiedene symbole an ort und das schloss zu öffnen ich denke es geht um beides finde ich jetzt echt nicht so geil so da haben wir das da haben wir das ist das gleiche ja ja brille tobi und ganz außen kann auch nicht sein wahrscheinlich das ja ja doch es ist jetzt doppelt aber ich glaube es muss auch müssen auch sechs verschiedene farben oder so viele haben wir gar nicht haben wir gar nicht wenn man das haben war das ist ein herz das ist kleeblatt genau man kann das herz nicht sein vielleicht noch mal hier das kleeblatt hier das herz und dieses dings und dann fehlen außen noch diese dinge hier fehlen noch diese dinge und hättest du doch gelassen warum ja oder noch dann außen noch außen aus muss das herz sein du hast jetzt hier schon mal das ist hier so warte mal herz kann nicht sein so jetzt sind das hier schon mal vier verschiedene dann muss außen noch ein kleeblatt und dieses na was muss noch hin ich gucke auch gerade toll ich glaube es geht auch um verschiedene farben so mit der schiene sechs verschiedene symbole anordnen die sprechen nur von symbolen wir haben doch nur 1 2 3 4 5 ich bin jetzt komplett bescheuert ja oh ne bitte lass mal deutsch nein ich krieg keine akkus ganz ruhig ganz ruhig weißt du was ich auf eine runde singen was sich darauf reimt überspringen oh ups huch da ist die box einfach aufgegangen oh nein das ist aber blöd jetzt scheiße ich spüre den hass schon wieder den kommentaren ja ich auch wir verkackten voll spaß fies wie viel haben wir jetzt geschafft mit wie viel übersprungen weiß nicht darüber denke ich nicht nach die kanone ist geladen aber die zündschnur fehlt haben wir nicht ach nee das war der garten noch irgendwas dann okay ja weiter zahnrad haben wir gekriegt aha oh ja oh ja hey das dürfen wir jetzt noch viermal machen dann ich freue mich guck mal es ist so wunderschön das war noch spinne pantoffel klavier klavier alter muss man doch eigentlich sehen oder unten ein mini klavier ähm pantoffel spinne spinne baseball schläger sieht man da runter weiter runter nein nur ein bisschen ah ah da geil dickrad krawatte die ist gelb krawatte wer trägt denn sowas bitte kopfhörer braucht man kopfhörer ne ich hab die spinne du hast die spinne rechts oben ich glaube ich spinne du hast nicht pixel genau geklickt Junge boah hm hm ja komm nun lass mich halt so ähm Perücke und Kelle Perücke da ja wie mhm pfff so Maske habe ich doch vorhin schon eingesammelt oder ganz links dann so eine Augenmaske ah was war das was ich da vorhin egal der Affe eine Kelle ach Affe ok ah darum ist die Kelle Megafon Mundharmonika Pantoffel padoffel schlips ne da ne hm 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 megafon da ist das megafon da ist das megafon oh gott das ist ja mal voll unfair mit dem Hintergrund ah na toll ii ist auch noch den affen ii n ok was haben wir hier noch da haben wir sonst nichts mehr dann geben wir erstmal wunderschön auf einmal die räume ja irgendwie schon geblieben noch mehr ketten wie soll ich sie entfernen wahrscheinlich mit dem ja war klar passiert auch immer wenn ich vor dem spiegel stellen stimmt doch so langsam das war eine schöne schatulle und was war einfaches rätsel ich muss nur die objekt auf die objekte links klicken bis sie zu den bildern rechts passen geil ihr zauberstab wahrscheinlich weißes kaninchen was ist wenn ich ein zauberstab und hut wenn der nut dabei ist ja okay schlange flöte oder so ein korb ist das eine flöte ich würde sagen ja und das ist ein tiger der ball könnte schon richtig gewesen sein oder das war eine peitsche dieses ding da das war so ein podest okay warte und was das tag krass so was haben wir hier noch eine rolle nichts sonst aber hier glaube ich aber nichts dass sie ja auch hängen ja habe ich gerade auch an wo in meiner hose keine ahnung aber den affen rein stopfen guck mal cool was ist das jetzt es würde lange dauern die kombination zu erraten ich habe es einfach mal zu probieren da ist eine jacke in dem käfig ich frage mich wo der schlüssel ist klar und er weiß auch dass seine jacke braucht ja der jacke ist was wichtiges drin wahrscheinlich seine kippen clown stirbt bei unfall im ferrigate park louis gauche ein clown im ferrigate park viel gestern während einer zirkusvorstellung vom hochseil gritty greck der besitzer des parks sagte es ist kein großer verlust für den park louis war ziemlich untalentiert wie gemein alter jetzt tut mir leid der clown obwohl er so hässlich ist aber der darf leute umbringen ja wenn man so in der öffentlichkeit niedergemacht wird dann darf man das so jetzt haben wir einen tucker und feuerhaken hatten wir nicht irgendwo feuer gehabt wo es rausholen mussten oder verwechsel ich das jetzt mit einem der anderen hochkarätigen spiele ja da war nämlich was eine karte für was brauchen wir den tucker schablone irgendwo ich habe gerade das zahnrad da rein ich brauche einen motor ich habe vor dem park ein auto gesehen ach vielleicht können wir mit dem tag an den riemen zusammen tag an so dass der pinkelte kobold noch weiter zurück da ist das auto als die motorhaube und natürlich mit einem tucker jetzt vom tucker familie geil so was haben wir den riemen ach ja dieses rumgelaufen so so junge wieso machten wir jetzt nichts natürlich klar ein bisschen angst ja irgendwie diese animation so was kann ich jetzt machen kann man den aufmachen der erste hilfeschrank ist abgeschlossen ich brauche einen schlüssel das habe ich in diesen spielen noch nie verstanden was ist wenn da jetzt einer verblutet oder so völlig egal was der schlüssel verlegt kleid ich habe etwas riechsalz aus dem erste hilfe schränkchen genommen keine angst ich habe das schränkchen wieder abgeschlossen der schlüssel ist in meinem safe ich hoffe du weißt die kombination noch sie entspricht dem preis einer eintrittskarte zu meiner vorstellung charme ist sicher aus kaputt 249 wunderbar lesen wir das gerade noch mal ich habe ein plakat gefunden das mister charme lays vorstellung ankündigt der eintritt für die vorstellung kostet 249 249 wo war der noch mal hier nicht war der hier oder das ist der mit den buchstaben das ist der mit den buchstaben stimmt wo waren der andere jetzt noch im zirkus ja ja dieses laufen laufen falsch wusste ich da oben ja richtig 249 zwei ja und noch ein stück hier ach das ist gar kein portmann das ist eine brieftasche ich musste meine schwitzigen hände mal so stehe ich tonband schlüssel was aber zuerst tonband tonband finde ich gut muss ich noch weiter laufen finde ich super ja so lass rocken junge das bestimmt die kombination für ich denke mal ja ich habe eine kassette im safe gefunden als ich sie abgespielt habe sagt eine stimme was bedeutet das jetzt ist es ein street junge war doch klar dass der kommt jetzt mal ehrlich ja wo war der andere im haus ne war der ja ok ach so schlimm ist es doch gar nicht das spiel so nein da war schon das e greck das hattest du da gerade schon aber gut gehen wir weiter in die Richtung da ja schon wieder alkohol natürlich ja ja immer noch so viel irgendwie besser als vorhin beim anfang aber wir haben natürlich sehr viel spaß bei dem spiel ja das ist muss man ja sagen das hat gefunden ein feuerzeug die erstmal zum erste hilfe ach ja stimmt das war ja gleich hier oben zum glück ich glaube so steck mal den schüssel da rein ne oh 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 god ich glaube danach bin ich wieder dran ja das stimmt was war das riechsalz tobi nein hey tobi tobi riech mal nein auf was brauchen wir das keine ahnung für die katze vielleicht für die katze die katze glaube ich aber nicht oder die arme ich weiß nicht nicht die katze die arme ich hätte ja eher ein luftdruckgewehr oder so genommen ich bin falsch gelaufen oder ja nee wo waren die blöde katze als weiter zurück oder ich weiß nicht erneut er zurück geht es geht wieder raus ja muss ja hier irgendwo war das nicht die katze jetzt die war bei dem ach ja ja huch hups hilfe ich weiß nicht da ich muss ja was anderes probieren man muss die katze da überhaupt weg die macht auch keinem was hier noch nichts nichts das war karte ich brauche eine karte kommen wir zu den ganzen scheiß einfach an ja vielleicht hat sein nein noch eine andere idee ich weiß nicht auch guck mal der arme nur für was brauchen wir riechsalz dass ich mal überlegen war da unten noch war da unten noch nee da war nichts nee das soll doch ich machen das kann sein da könntest du sogar gar nicht mal so unrecht haben ich habe keine ahnung absolut keine ahnung du riechsalz gibt es die riechsalz abtäusch durch riechsalz schade jetzt geht es aber schlag auf schlag ja so jetzt haben wir immer noch feuerzeug riechsalz und eine schablone und was wir damit machen schauen wir dann in der nächsten folge oder sind wir schon so weit warte mal ja ja doch passt auch hin ja machen wir dann nächste folge dann darf spielen 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 jetzt weinen tschüss